Es ist halt heute verdammt scheiße heiß und was soll ich sagen, schaut euch diesen Z-Log an, er ist zusammengebastelter Müll. In der Tat. Ja, es ist halt irgendwie zu heiß, um irgendwas Produktives zu machen. Ja, viel Spaß euch dabei. Grüßt, mein Lieben, Zwerge, Genome, Hobbits und natürlich auch Edward Wim zu einem kleinen Z-Log. So, heute wollte ich euch eigentlich ein kleines Z-Locating bringen aus meiner Schule. Hier habe ich einen kleinen Film, einen kleinen Spielfilm, Dokumentarfilm, Dingens, dreht, der hoffentlich Sommer 2017, also diesen Sommer, auf meinem Kanal hochgeladen wird. Seid, grüßt, meine Zwerge, Genome, Hobbits und die Kampen, zu einem kleinen Z-Locating. So, es ist sehr heiß draußen und ich sitze hier in so einem kleinen Gemeinschafts-Hausdingens, Räumchen für die Oberstufe und ihr kennt diesen Stück von meinem Instagram-Profil. Ich will euch ein bisschen erklären, was jetzt Phase ist mit dem Film. Ja, vielleicht nicht ganz uninteressant auch, dass ich hier mal ein bisschen schwenke, mal hier den Bereich zeige. Wobei ich nicht glaube ich das filmen kann, filmen darf. Diesen Bereich bestimmt, ist ja hier ja auch nicht viel zu sehen. Ich sitze hier gerade auf einer bequemen Couch, hier. Ich nehme mal die Tasche hier. Fakt ist, es gibt noch ein paar organisatorische Sachen zu klären mit der Schulleitung hier an der Schule, was die Veröffentlichung des Filmes angeht. Der Trailer bleibt online, der ist auch online, könnt ihr euch gerne angucken. Ist wahrscheinlich gerade oben verlinkt. Aber ich bin guter Dinge, dass das Ding Sommer, ich denke so Juni, Juni veröffentlicht werden kann. Und die beste Treppenszene. Mein bisschen eine andere Fazette als mein kleines Aufnahmezimmer. Da drüben steht ein kleiner Kicker, kann man ihn sehen. Es ist wirklich ein bisschen extrem heiß draußen. Lehnt euch ein bisschen zurück, trinkt ein kaltes Getränk. Nicht so lecker! Habt euch wohl, haut Renner. Gutang. Gutang. Alles hält. Na, ich bin glaschen. Dann kannst du alles in deinem Kast. Und ich bin glaschen. Dann kannst du alles in deinem Kast. .: